Sei kein Retourensohn! Aktuelle Studien von Statista belegen, immer mehr junge Menschen retunieren bestellte Produkte viel öfter als ältere. Jede sechste Bestellung in Deutschland wird retuniert. Das sind 286 Millionen jährlich. Circa 30% der Retouren werden zerstört, weil nicht alle diese Artikel wiederverkauft werden. Täglich 238.000 Tonnen CO2-Ausschüttung durch Retouren. Kein Land in Europa sendet so viele Waren zurück wie Deutschland. Gehörst auch du dazu? Hier ist unsere Botschaft an dich. Vermeide gemeinsam mit unseren Retourenschäden. Wie? Ganz einfach. Hebe unbedingt die Originalverpackung auf. Zumindest für 30 Tage. Denn genau mit dieser Verpackung minimierst du Versandschäden bei einer Retoure. Wenn du das nicht tust, muss das Produkt entsorgt werden. Und das belastet die Umwelt und verursacht wiederum unnötige Kosten für dich. Unser starker Kundensupport hilft dir bei all deinen Fragen. Dieser sendet dir sogar eine stabile Kartonverpackung zu, falls du keine mehr hast oder deine Verpackung beschädigt ist. Nutze die Chance noch vor der Retoure. Wenn du Rücksendungen vermeidest, vermeidest du auch unnötige Ausschüttungen von CO2-Emissionen. Starte jetzt mit uns zusammen für eine gesunde Umwelt.